Wenn du es hinbekommst, ein gutes Solo-Cue-Matchmaking auf das 2 zu finden, dann hast du den Endboss auf Veteranen besiegt. Can you kick me? Can you kick me? Can you kick me ASAP, please? Can you kick me? Can you kick me? Der dritte Sonntag, wir gehen wieder rein. So, wir sehen im Gegnerteam den Josh und den Yalu-Ci. Das sieht schon mal sehr gut aus. Wir selbst werden spielen mit Gnazarik. Sehr gut. Und Pingu. Boah. Da würde ich kotzen, wenn der im Gegnerteam wäre. Wir recherchieren weiter. Im Gegnerteam ist außerdem dazu gekommen 2 Pirogge. Ist okay. Und der gute Bonecrusher. Sieht auch in Ordnung aus. Bei mir außerdem die liebe Nana. Und Cengiz Khan. Und der letzte im Gegnerteam, der gute davor. Davor 2008. Würde ich erstmal meinen, dass sie wenigstens alle sich schon mal nicht in Runde 3 drehen. Das ist natürlich noch die Frage, werden die mit mir sprechen? Ihr erinnert euch, Video 1, Regel Nummer 1. Nicht schon im Ohrm ab Hallo sagen und die Leute begrüßen. Warten genau auf den Zeitpunkt, bis der Timer abgelaufen ist und droppen dann unser Hallo im Old Talk. Ich habe heute eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich glaube, das sind nette Jungs. Guck mal, wer sich Pingu und Nana nennt, das sind süße kleine Boys. Die werden gleich richtig niedliche Stimmen haben. Das war Niviti nachher bei Steam adden. Hallo. Was ist denn? Okay, ich kann lang gehen. Ich habe Flasht, aber ich bin... Nice, nice. Du bist gut. 1 Meter. Connor. Was ist behind the second box, I think? Was ist das? Wir haben eine Ape. Terrorist-Win. Äh, wir spielen langsam vielleicht und warten für Pingu. Wenigstens redet der Rest schon mal und die klingen auch erstmal freundlich. Wir halten da schon mal positiv fest, dass Pingu jetzt natürlich 200 AFK geht. Ist natürlich unlucky. Alles kann passieren. Vielleicht hat da gerade die Mami geklingelt. Ey, Pingu, du hast den Müll noch nicht rausgeschleppt. Let's go together now, guys. Ja. Oh, was? Ich glaube, ich will nicht pushen. Teamkill? Wo wollen wir gehen? Pinguin! Pingu ist raus. Pingu ist raus. Let's go, Gobi, Gobi. Ey, let's go. What? Was krieg ich da durch die Dörr? Ich hab selbst nichts gesehen. Er bringt's weg. Okay, er bringt's weg. Gute Runde, zu viert gegen fünf gemacht. Pingu ist wieder zurück. Pingu, mein Freund. Let's go. Kannst du mir flashen? Ja. Ja. Ich will nicht see anything. Warte mal billig... Second Box. Der ist klar. Komm, komm, komm. Two, two, my. Oh Gott. Jawohl, alles klar. Wir droppen mal Argo in die City Base. Wir kriegen eine Nade von unserer Maid. Ein Int City und ein Double Doss. Die war ja nicht von Mate. Oh ja, schön. Nice. Nice. Auf geht's, jetzt steht das Ding. So, wir haben Geld. Sollen wir mal nach dem Drop fragen? Oh, ich krieg schon einen. Guck mal, ohne zu fragen, Drop. Okay, es ging kurios los. Pingu AFK, Pingu zusätzlich auch minus eins. Und ein Teamkill auf der CT-Seite. Nein, nein, nein. Aber du kannst jemanden entlang, wenn du willst. Ich werde dich flaschen. So, und was habe ich im ersten Video gesagt? So ein knackiges 16.5. Billige CT-Smoke. Gibt aber besser als jede, die Seagalson jemals geworfen hat. Na, geht eigentlich klar. Und ihr seht wiederum, es gibt scheinbar im CT-Team Unstimmigkeiten, wer denn hier den A-Spot decken möchte. Oh, what is behind the smoke? Nice. Okay, scheinbar haben die Gegner diesmal. Das Pech, die Bombe. Aber zusätzlich, während alle auf A gehen, auf den B-Spot down. Nice. Miss Lauer. Ah, das stellt sich vor mich. He's still double-dolled, you can plant. Yeah, right. Das ist die Realität. Das war ein 1 gegen 4. We could have won the round if we all went A. Let's go A again. Wir machen, muss man die Sachen auch selbst in die Hand nehmen. Wir nehmen die Bombe. Und wieder mal keiner lang. Pre-Show is K. Wir sehen eine Smoke, die man auf Gold-Nova-Elo bespielen möchte. Den Nazarik mit dem T-Cross. Ja, er sieht die Füße vom Gegner, entscheidet sich aber nicht zu schießen. Ah, er kreuz aber. Sehr gut. Schöner Move eigentlich jetzt auf dem B. Okay, Fartan und Dower Pingo. He could be in Tann. Auf geht's. Oh, schade. Ich möchte mich festlegen und sagen, dass es gerade 5 zu 0 stehen würde, wenn ich gerade mit Pre-Mage spielen würde. I'm gonna push long again. Okay, die hat eine ABP am K. Ich hatte Top Spawn. Ich werde jetzt einfach mal frech hier crossen. Sehr schön. Schade. Schön. Still Orb. One side. Ah, der Pirog ist drauf mit der ARB. I will smoke, äh, Xbox. Mal hier ein bisschen ein paar Smokes anbieten. Ich bin mir nach wie vor sicher, wenn wir da zusammen lang rausgehen, dass wir die haben. Sehen wir einfach mal kurz vor. Ich war hier heute in der Entry-Frager-Rolle. Pingu, du weißt, wie du runboost? Okay. Ah, no, you? Scheinbar nicht. Oh, he's behind the, uh, behind dungies. Maybe go B, go straight B. Someone got smoke, molly. Das brauche ich schon mal schnell. Tür. Weiß nicht, ob das richtig war. Where? And now they're... Oh. Definitely need to play, play faster in the gun rounds. Ich gehe lang, ich gehe lang. Oh, lol, Alter. One more long. Das wäre fast ein Double gewesen. Hätte ich ein bisschen tiefer geschossen, hätte ich denen einen Catch-Hot geben, einen anderen in den Körper. He's blue, blue. On blue. Oh, lol. They double peeked with AWP. But we need to go faster. We cannot peek one by one. Just push him. Buy more flashes and go long, guys. Please, buy a lot of flashes. Flash me out. I'm gonna push. Komm, Nana, drüber da. Nana, drüber. Nana. Boah. Was? Ich bin echt gespannt, was das für Elos nachher werden. Weil der Nana und der Pingu, die spielen, ich glaube, dass das hier eigentlich Global-Elo ist. Ziemlich eigenartig. Let's try. Yeah, that guy. P-Rocke trifft aber, ne? Ja, ja, ja. Das wird noch abenteuerlich. Die sind wirklich nicht gut, die Gegner. Auch wenn ich gerade hier fünf Frags habe, aber die spielen es halt echt wirklich eigentlich nicht gut. Kamerad, this is not fucking legit. Ab mit, maybe. Auf geht's, komm. Auf Goldnova hat das früher immer geklappt, sich mit dem Arsch da in die Ecke stellen. Wenn die Kurze kommen, dass sie es nicht checken. Auf Global ist interessant, wenn man keinen Mate hat und von Cete gesehen werden kann. Ich versuche jetzt nochmal schnell kurz zu gehen. Ich hoffe, das ist nicht direkt von Cete wieder von Joshkas hier. Jetzt gehen wir einfach mal schnell kurz, Mann. Shot dead. So, und direkt weiter. Der andere ist... Ah, schade. Nein, oh, da kommt die Lupfer-Nate. Nice. Last ist A, low HP. Mine ist 50. B ist clear. Komm, die muss safe sein, die Runde. Eins gegen drei. Nee. 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 Never, never, never. Wer kann den doch eigentlich vorher nicht gesehen haben. Wer geht denn da mit Full Zoom mit AWP in die Ecke rein? Nice, kommt. Der ist tot. Wir pushing A. No, A-side, A-side. Komm, na, na, hervor mal, Mann. Och, geh doch mal drauf. Wir brauchen Eier. Wir brauchen doch einfach nur ein bisschen Eier. Nice, komm. Nice. Ich kann flash out long, if you want. Nein. Ah, gehe ich alleine lang. Ich glaube, lang klappt. Aber da kommen wir doch durch. Weißt du, Long City? Let's go fast. Oh, ich dachte, ich hätte einen Short. 8 HP, 8 HP. Nice, let's go. Komm, sechs Runden auf der T-Seite. Dann CT. CT mit Verstand spielen, dann steht das Ding. Back in flash long. Two guys cross B. One B. Mann, H. Aber Swap City now. A-side, A-side. Die Bombe war vor lang. We're gonna lose this enemy, just finish fast. We can push somewhere. I think we can still win. They are not that good. Oh, der Haver Cheater, man. Yeah, they are not the... Nice. He's not. He's face level 10 with like 2.5k Elo. I'm not sure he's cheating. I go long. Long clear. Oh, Blue, you've got to be kidding me. Nice. Hab ich den ja gerade gesehen. Window. Window. Nice. Easy. Easy time. Easy win, let's go. Setz mich noch mal drauf auf die Ratten hier. Auf geht's jetzt. Nice kills. And turn on Pingu. Let's go. Bis auf den Piroga und den Josh sind das absolute Snacks. Flash long. Watch out. One more, I think. Let's see nach lower Tunnel an. No, top mit. Two, two left. Is low. Easy kill for you. Good job. Yeah, top mit. Nice, let's go. Auf geht's, komm, alter. Der wird am Ende mit 40 rausgehen, Piroga. Aber der Rest ist es nicht. Can I push short? Ja. Jetzt einfach jede Runde rein. This guy, man. Der drückt echt nur Headshots, ne? Mit Deagle. Good guy is down. Nice. Auf, jetzt komm, alter. Das Ding steht. Wir müssen echt nur den killen. Ja. Ich spreche zwar gefühlt nur noch einen einzigen in meinem Team. Ich weiß ja auch nicht, was nicht so geil ist, aber... Wenn wir die Runden holen, ist es okay. Long pit, long pit. Will someone rotate and help me? Scout and pit. Der drückt nur in den Kopf, alter. Wieder Deagle Headshot. Long corner. Too long, too long. Can you boost me, Pingu? On short, too long. Short, short, short. Ach, Mann, da muss doch... Wo ist mein Mä? Da muss doch gucken. One up short, one long. Nice. Da ist on side, on side. Half HP, I'm low. Wait, I go long. Orange way. Bomb out. Hm. Ah, da schon. Oh, vielleicht doch nicht! Sorry, just go pit. We dropped City. Oh. Da holt der eine Flash raus, alter, wenn der auf dem A-Spot ist. Oh, das geht durch. Ach, du heiliger Jesus. Komm, auf, jetzt 19. They should be money fucked now. Let's go. Long Flash. Long, long out. Out, long. One long, two more long. Help me. Pit, one. I killed pit. Let's go! Only that crazy player. Watch out for decadal headshots. We want another boost? Yes, yes. Go my head. Go up there. Yes. There's no way we lose this round. Nice. Let's go. You didn't see it coming. Let's go. Okay, ich bleib mal defensiv jetzt, glaube ich. Mal kurz rein. Scheiße. Bauertanne. Nice, Pingu. Pingu ist aber da, ey. Also der, der moved halt echt. Da denkst du, der ist Gold Nova, aber der macht die Fracks. Ach, du kleiner Lacker. Und wieder der. They could be out middle, Nana. City drop. Nice, Pingu. Geil. Mein Call. Weil ich da call vielleicht mit rausguckt. Pingu plötzlich CT und macht den wichtigen Frack. Last guy has seven kills. I have nine. That's more than seven. We're gonna win this. Let's go. Das ist auch wichtig, mal sowas zu callen. Let's halt sieben kills. Wenn die da so angespannt sitzen, so du denkst, oh scheiße, scheiße, 1 und 3, ey, das ist wieder weg. Das muss man holen. Double AWP! Oh my God, what the hell? Look at me, I'm gonna kill the Double AWP, my friend. Shit. Okay, one more. Ich glaube, ich kann's handeln. Ich glaube, ich kann's handeln. Long is clear. Oh, go fast. Oh nein. Schwerer Retake. Oh, wir probieren's. Wir haben Geld. I'm gonna try with money. I'm gonna make it expensive then. Schieben Seriosity weg, jeder. Egal, 11, 11, alles noch drin. Wir haben Geld. Kann passieren, kann passieren, weiter. Kopf hoch. Weiter geht's. Let's go. Keep your head up. So, ich geh jetzt mal in langen Pit rein. Oh, da stand aber gut im Molo drin. Start pushing. I'm coming. Two, three. One more. Na. Oh, macht er so nicht irgendwelche Jumpshot-Faxen. Und der hat auch noch Low. Das war der mit Molo. Der wird dann niemals pieken, Nana. Oh, Nana, Alter. Nana. Das war auch so ein 1-Euro-Laden, oder? Den gibt's in Duisburg. Nana. Nee, Nanu Nana heißt der. Da hab ich immer Weihnachtsgeschenke gekauft, wo ich noch nicht YouTube und Twitch gemacht hab. Das hat nur für eine Nanana gereicht. Smok. Du hast den Smok. Ich denke, du kannst den von... Oh. Buschort, Buschort. Okay. Ich gehe bis solo all this time. Go, three guys, short. Nice. Nice. Keine Ahnung, was der drückt, Alter. Der verschießt nix mit der Deagle, ne? Was ist der für eine Headshot-Rate? Hier ein 50 nur. Fühlt sich an wie 80. Ich bin grad eigentlich da mit der Schalli im 4. Ich hab grad überlegt, AWP mal probieren. Aber eigentlich bin ich grad da. Muss er versuchen, lang durchzukommen, glaub ich. Fashing long. Short, short A. Short A, guys. Fuck. Ich bin da mit der Schalli im 4. Was ist das passiert, die Runde? Yeah, it's shooting. It's force. We'll get this round. Und mein Platz hier. Of course. Of course. Lower middle. Close mid. One minute. We turn a little bit bomb. Nein! Oh, wenn ich den hab, haben wir die Runde, glaub ich. Von den guten hab ich gemacht. One lower. Nice. One shot. Einen krassen Down gemacht. Ey, komm, vielleicht ist das Comeback jetzt. Nice. Long. Nice. Nice, man. Let's go. Geil. Komm. Wir haben zwar wieder Geld, aber wichtige Runde. Wanna peak long with the hop? Wichtiger Shotgun kill da in der Mitte, ey. Du musst halt echt nur den einen killen. Guck mal, der Rest, also der Josh schießt noch ein bisschen mit. Der Rest macht gar nichts. Der Rest lässt sich komplett tragen. Scheiße. Verstehe ich nicht, die Smoke? What long? I'm stuck in the car. Bomb is down long. Can you try to backstab from behind long? We have everything covered. Nice. Let's go. Come, ey. Boah, das ist anstrengend. Last round. Long clear. Tegen wir mal von Tupsenkiste. One tunnel. One shot. Shot dead. Last tunnel. I'm holding mit to be. Let's go, man. Komm, 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 man. Soll ich mal mitpeak? Frech? Bitten call. Bitten call. You have safe and freck. Triple, triple pick. Okay, let's play slow. Okay, der ist kurz drin. Der ist lang drin. Das ist gut. Ja, let's play safe. They are waiting for us to push. Lola. Ja, just don't overpeak. One long. Got him. Last AWP, I think. Nice. Told you we got this. Let's go. They should be broke. Care for a B-rush, maybe. Ich peek es noch mal mit. Did not see anyone mit. I better have to be hold. You can save B, it's all. I can boost you, Pingo. Or you, me. Let's boost. No, 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 no. Scythe. Nein, shit. Wie ist denn schon so close? One goose? One long, maybe. Yeah, one, uh... Yeah, one short. A-side somewhere. Yeah, one should be beat. Bomb down, short. Only the crazy player. Warum geht der kurz mit Bombe? Now he's short. Yeah, here's the bomb. Ach man, weil die da zwischen labern. Shit. Oh, fast noch weg in der letzten Runde. Alter Schwede, ey. Pirogge, 38 zu 20. Der muss doch Monster-Tilt sein. Pingu macht noch den Top-Frager. Wie geht das? Wie geht das? Der hat gemoved wie ein Goldmower-Shit. Aber ich möchte festhalten, es war nicht einfach. Es war auch nicht schön. Es war keine gute Stimmung im Team. Besonderlich Spaß gemacht hat's auch nicht. Die Serie geht weiter. Es ging nicht nur darum zu gewinnen. Es ging darum, eigentlich zu zeigen, du kannst viel Freude in einem Solo-Cue haben mit coolen, geilen Mates, die gute Laune haben und Bock haben zu spielen. Das war heute nicht, auch wenn wir gewonnen haben. Das Ding geht weiter.